Sie, dann war Ihr Fellis her, Sie vorletzte Hippie-Hie. Sie, Sie ewig duften das Falsche. Moment mal, ich kenne Sie doch. Hören Sie mal, ich kenne Sie doch auch, aber da mache ich keinen Gebrauch von. Wie, halten Sie im Mund, wenn Sie mit mir reden. Ich müsste nicht frech werden. Wenn das auch Karneval ist, ist das eine ernste Angelegenheit. Steht doch in allen Zeitungen. Ach, hören Sie auf, in Zeitungen, Mann. Da denke ich mich höchstens mit zu. Mann, Sie leben ja frech, Sie kriegen jetzt Strafmandaten. Nein, danke, kein Bedarf. Ich habe nur eins von gestern. Wollen Sie mal sehen? Sag doch mal, fassen Sie mich nicht an, Sie. Sonst verändere ich ein bisschen Ihre Anatomie. Anna, was? Sie, Sie müsste nicht frevol werden, ne? Ich habe gesagt, Ihre Anatomie, das hat jeder Mensch. Ich auch? Na ja, aber bei Frauen sieht es besser aus. Ja, Moment, Moment, Sie können sich da nicht hinsetzen. Was heißt denn hier hinsetzen, Mann? Wir haben ein Sit-in. Ja, sit-in hin, sit-in her. Das ist mir alles egal. Die Hauptsache ist, ihr sitzt hier. Sie sitzen auf der Straße und gehen da nicht weg. Sie singen und sie trinken und sind nur im Mojek. Und wenn, dann kommt der Schutzmann und spricht, nun macht man Platz. Da rufen alle Mädchen, nur trink doch mit, mein Schatz. Und da auch ein Herr Schutzmann gegen Alkohol nicht immun. Ja, was soll er da? Ja, was soll er da? Ja, was soll er da? Bloß tot. Ein Polizist im Karneval, der hat's nicht leicht, auf keinen Fall, sodass es dann am allerbesten ist, Wenn der Polizist, wenn der Polizist genauso jäck und närrisch ist. Wenn der Polizist, wenn der Polizist genauso jäck und närrisch ist. In den drei tollen Tagen sind sie besonders nett. Die süßen kleinen Mädchen mit Röckchen sehr kokett. Und sehen sie einen Schutzmann, dann kreisen sie ihn ein. Und jede sagt, Herr Schutzmann, nur von Sie, mein Liebster sein. Und da auch ein Herr Schutzmann gegen Liebe nicht immun. Ja, was soll er da? Ja, was soll er da? Ja, was soll er da? Bloß tot. Ein Polizist im Karneval, der hat's nicht leicht, auf keinen Fall. Und jubeln ihm die hübschen Mädchen zu. Drückt er das eine, drückt er das andere, drückt er gleich beide Augen zu. Drückt er das eine, drückt er das andere, drückt er gleich beide Augen zu. Drückt er das andere, 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 drückt er das andere. Applaus Applaus